Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Nach einem bärenstarken Start hat der Simon Traute bei Schalke das letzte leichte Torflaute erlebt und vielleicht auch deshalb, statt dass er dir nun ein Ex-Profi einen Besuch hat, der ebenfalls weiß, wo das Tor steht, denn er besandt, schaut er jetzt am Training von Schalke vorbei, hier auf dem Bild zu sehen mit Gerald Asamor. Drei Niederlagen in Serie, nur zwei Tore, so lautet die bittere Bilanz im Anschaff von Trainer Dimitros Kramotzes. Von der einzigen Thomas Schnee und Tirode keine Spur und auch Marius Bülter ist aktuell zu ineffizient. Zeit, dass sich der S04-Coach was einfallen lässt. Natürlich kommt da die Frage auf, war vielleicht deshalb Stürmerlegende Ebbe Sand am Donnerstag am Trainer der Königsbrauen und den Anreifern aus der Minikrise zu helfen. Klamotten hatte ich dabei für ihn, aber da hat er sich geweigert, aber er sieht noch sehr auszunehmend aus. Ich finde es schön, dass wir diese Präsenz haben. SF-Abu mit dem Verein hat hier sehr viel erlebt. Mit seiner Ausstattung ist er ein gern gesehener Gast. Erst witzelte Kramotzes auf der Pressekonferenz vor dem Knallerduell gegen Werder Bremen. Und kurz Zeit später schlug er dann auch etwas ernstere Töne an, um eins katzeln. Ich hänge das Stumpel nicht so hoch. Als Simon zuvor einmal traf, haben ihn alle hochgejubelt und jetzt ist auf einmal nichts mehr super. Und weiter, Simon ist keiner, der da einen großen Kopf macht. Er ist professionell und arbeitet hart im Training und dann wird er auch wieder belohnt werden. Genauso wie Marius. Also, es war purer Zufall natürlich, dass Ebbe Sand genau jetzt da ist, wo es bei Simon Tirodde und auch Bülter nicht ganz so gut läuft. Aber trotzdem immer wieder schön unsere Ex-Spieler, auch teilweise Ex-Stars beim Training oder generell auf Schalke zu sehen. Und Ebbe Sand gehört natürlich dazu. Es war ja sogar mal ein Gerücht, ob er vielleicht ein neuer Sportdirektor wird. Ist ja mittlerweile auch schon wieder ein Jahr her. Da wurden ja einige Namen gehandelt und deswegen trotzdem gut, immer mal wieder auch solche Leute wie Ebbe zurück auf Schalke zu sehen. Weil seine Zeit als Spieler war natürlich schon eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit. Eure Meinung zu Ebbe Sand? Geh mal in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!